Willkommen zurück, The Evil Within. Hier auf Reflex, sein Channel. Nachdem es ja schon so atemberaubend angefangen ist in der letzten Folge. Also in der ersten. Geht es jetzt in Folge 2. Wahrscheinlich halt... Alter, Alter! Das streng ich doch nicht so. Alter, ich bin doch gerade... Okay, jetzt können wir auch rennen. Aber mich? Okay, wir rennen mal. Detective! Rein hier, rein hier! Arr! 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 Hey, wo ist Joseph? Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Bitte, beruhige dich, Leslie. Beruhige dich, Leslie. Beruhige dich, Leslie. Beruhige dich, Leslie. Scheiße! Wir können nicht mehr zurück! Wir können nicht mehr zurückkommen. Scheiße. Verdammt, sind wir komplett abgeschnitten? Die sind wohl alle tot. Alles okay, da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Gut, gut, gut. Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Ein wenig weiter und alles wird gut. Gut, 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 gut. Fallen! 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 Ups! Kapitel 1 überlebt. Spiel speichern! Natürlich speichern wir das Spiel. Das ist verständlich. Äh. Neuer Speicherplatz. Speicherplatz erstellen. So, äh. Nächstes Kapitel. Habe ich das gerade richtig gelesen? Kapitel 2 Überreste. Ach du Scheiße. Wenn du deine Gegner mit einer Flasche an den Kopf triffst, gerät er ins Taumeln und du kannst ihn anschließen mit einem Schleichangriff töten. Oh Gott. Will ich das sehen? Dass es weiter rauskommt? Diesen Ladebildschirm. Ich weiß es nicht. Ich, äh. Oh, lag drin. Oh Gott. Das war's für heute. Ja, und jetzt würde ich sagen, jetzt geht das richtige Spiel los und so, da haben wir Hirnflüssigkeit eingesammelt und wir haben eine Zeitung Leichen gefunden, Leichen in Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelter Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Okay. Irgendwie tut ihm sein Magen weh. Also nicht mehr sein Fuß, sondern... Sondern wohl er seinen Magen. Okay. Hallo. Hey. Sind wir wach? Ja. Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden sie eigentlich? Nun, sie sind gerade der Einzige hier. Bis. Äh. Alter. Alter, ich will hier gar nicht sein. Ich will hier gar nicht sein. Ich bin nicht ganz ehrlich. Ich will hier gar nicht sein. Hallo? Was sind das für komische Symbole hier an der Wand? Und was haben wir hier? Ein Spiegel. Wir sind aber ein Vampir, so wie es aussieht. Da können wir nichts tun. Naja. Ähm. Boah, sieht das geil aus. Alter. Wenn ich mir das vorstelle mit Oculus in Ego-Perspektive bei Silent Hills. Was zum Teufel geht hier vor? Eine Klinik. Höh. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Wenn Sie sich nicht eintragen, können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren. Okay. Ah, okay. Hier ist also... Ah. Das sind Speicherpunkte. Okay. Also können wir hier... Kann ich... Ah, okay. Ich kann hier also speichern. Ähm. An solchen Punkten. Das ist natürlich sehr schön. Okay. An solchen Punkten kann ich also speichern. Hier entlang bitte. Können wir hier nochmal eben gucken, was hier so ist irgendwie alles. Was haben wir denn hier? Äh. Krimsenpost steht da dran. Aber hier können wir glaube ich nichts tun, ne? Ne. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Ja, fünf nach zehn haben wir es mittlerweile. Ich glaube nicht. Riecht wie Medizin. Du hast gefurzt. Oh. Es ist alles in Ordnung. Entspannen Sie sich. Äh. Äh. Bitte. Setzen Sie sich. Okay. Was soll das? Huah. Beruhigen Sie sich. Es ist nur zu Ihrem Besten. So, mit grünem Gel kannst du die Parameter einzelner Fähigkeiten verbessern. Freischalten. Benötigte Punkte 100. Hu. Oh, das sieht aber... Sehen Sie schon vier Bisschen. Das sieht aber verdammt fies aus. Lady, werde ich verrückt? Oh. 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 Ich warte auf Sie. Was? Okay. Also war das grünes Gel, was wir da vorhin aufgesammelt hatten. Äh. Scheiße. Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Kapitel 2. Überreste. Over. Spritze. Die Herkunft des Medikaments in dieser Reisespritz ist unbekannt. Aber es stellt etwas Gesundheit wieder her. Mhm. Steuerung X benutzen. Spritzenwirkung 30. Eigenschaft. Okay. Neuer Gegenstand. So. Inventar öffnen. Äh. Steuerungsinformationen. Den Rechensdikt reindrücken. Inventar öffnen. Rüste. Sonst konnte ich gar nicht lesen. Ah. Okay. Ah. Okay. Damit kann man das dann auswählen. Ah. Ja. Okay. Erklärt sich von selbst. Rüste. Rüste. Okay. Mittlerweile ist es auch schon stockduster geworden. Und ähm. Naja. Wir werden mal die anderen suchen gehen. Hier ist Blut am liegen. Das ist eine Schleifspur. Und ähm. Da wo es angefangen hat. Wird es wahrscheinlich auch ein Ende nehmen. Was war das? Oh. Gewitter. Scheiße. Ich habe mein Regenschirm vergessen. Naja. Wir folgen einfach mal der Blutspur. Ich äh. Äh. Greifen sie gegen Gegner oder Gegenstände mit bloßen Händen oder einen Nahkampf angerangen. Okay. Ah. Okay. Wir können boxen. Oh. Entschuldigung. So ein totes Reh oder was? Ah. Wir können die Kisten zertrümmern. Mit der bloßen Faust. Genau. Genagelte Kisten. Da will ich aber am Ende des Spiels eine Faust mal sehen. Ist das ein Reh oder? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich bin zu selten in der Natur. Äh. Wo geht's denn? Hallo? Moment. 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 So. Da bin ich wieder. Ähm. Das. Äh. Ja. Wird es jetzt das Tier gewesen sein? Was die Blutspur, äh, da gelegt hatte? Oder wird es jemand anderes sein? Das würde ich sagen, seht ihr in einer weiteren Folge. Let's play The Evil Within. Und, ähm. Es bleibt spannend. Definitiv. Also. Bis demnächst. Tschüss. Bis demnächst. Vielen Dank.